Hirka überquerte die Brücke, blieb aber vor der Tür stehen. Sie stand einen Spalt offen. Die anderen waren bereits da. Der Rat. Die Repräsentanten der neun höchsten Häuser. Und die, die aus anderen Gründen nicht ausgelassen werden konnten. Skerri, die den Raben hatte. Der Seher. Jetzt, da sie die erste Rabengeborene seit undenklichen Zeiten gesehen hatten. Hots Stimme übertönte die der anderen. Sie ist jung, Graal. Wie können wir Disziplin von einer erwarten, die nicht einmal ein Vierteljahrhundert alt ist? Ich will hier niemandes Absicht in Frage stellen. Ich hätte dasselbe über meinen Sohn sagen können. Die Jungen wissen es nicht. Und das bisschen, was sie wissen, haben sie vergessen. Das ist das Problem. Hirka betrat den Raum. Es wurde still. Eine überflüssige Bestätigung, über wen sie gesprochen hatten. Sie sah Hot an. Das Problem ist nicht, das wir vergessen haben. Das Problem ist, dass ihr euch immer noch erinnert. Hot hob das Kinn. Es war schlaffer geworden seit dem letzten Mal. Das Alter kam jetzt schnell. Aber es war gut, dass sie sich nicht länger in ihrem goldenen Zimmer versteckte. Gut für die Umpiri, die Zeichen des Alters zu sehen, den Verfall, der sie etwas anging. Es war kein Stuhl frei, also tat Hirka dasselbe wie vorhin. Sie stieg auf den Tisch und setzte sich. Ans Ende. Direkt neben das Rabenskelett. Sie sprach weiter, bevor jemand widersprechen konnte. Ihr erinnert euch an viel zu viel. An altes Unrecht, das viele Epochen zurückliegt, erinnert ihr euch, als wäre es gestern geschehen. Ihr hasst eine ganze Rasse für einen Verlust, den in Wirklichkeit einer von euch verschuldet hat. Von euch. Nicht von ihnen. Ihr sprecht von Rache, obwohl es keine einzige Seele in Ümsland gibt, die damals gelebt hat. Die ältesten Ümmlinge, die ihr finden könnt, sind kaum älter als hundert Jahre. Glaubst du, wir wissen das nicht? Hot legte den Kopf schräg. Nachsichtig. Ihr benehmt euch jedenfalls, als wüsstet ihr es nicht, erwiderte Hirka. Was ist wichtiger, die Gabe oder Ümsland? Wenn ihr wählen müsstet. Kann ihr jemand einen Stuhl holen? Warf Thür resigniert ein und erntete Gelächter am Tisch. Hirka blieb gelassen. Kalt. Sie hatte so viele Regeln gebrochen, dass sie das hier genauso gut im Stehen hinter sich bringen konnte, denn offenbar musste sie stärker auftrumpfen. Sie erhob sich.